Jersey Shore geht in die letzte Runde. Seaside, ich komme! Snooki, Pauly, Dee und Co. lassen ein letztes Mal die Sau raus. Ich will nackig kuscheln. Und auch dieses Mal ist das Chaos vorprogrammiert. Ich bin im sechsten Monat schwanger und fahre ins Shorehaus. Was zum Teufel mache ich hier gerade? Jersey Shore, die finale Staffel. Freitag, 23.30 Uhr bei Viva.